Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 28. Mai. Spielabbruch in Wetzlar, tödlicher Unfall bei Aslar und erneuter Busstreik in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Kurz vor dem Ende der Saison ist es im Fußballkreis Wetzlar zu einem Spielabbruch gekommen. In der C-Liga-Partie zwischen Türk Atta Türkgücü Wetzlar II und den Sportfreunden Katzenfurt auf dem Kunstrasenplatz in Niedergirmes hat ein Ordner nach Angaben der Katzenburger deren Keeper mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin kam es zu einer Rudelbildung, in der weitere Schläge gefallen sein sollen. Der Schiedsrichter pfifft die Begegnung des vorletzten Spieltags bei einer 6-2-Führung für die Domstädter in der Schussphase ab. Der Unparteiische verteilte zudem noch zwei rote Karten, jeweils eine, gegen beide Mannschaften. Der Platzverweis gegen den Katzenburger Spieler wurde wieder zurückgenommen. Der Ordner habe direkt nach seiner Aktion das Weite gesucht. Sylfika Babaigit, der Vorsitzende von Türk Atta Türkgücü, hat Konsequenzen angekündigt, betonte aber auch, dass auch Schläge von Seiten der Katzenburger gefallen seien. Bereits im Hinspiel hatte ein Spieler von Türk Atta einem Katzenfurter einen Schlag verpasst. Auch hier wurde die Partie abgebrochen, es blieb jedoch hinterher beim Zweike-1-Sieg der Gruppenliga-Reserve. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Autofahrer, der von Wehrdorf in Richtung Aslar unterwegs war, auf Höhe der Diskothek Einhaus, tödlich verunglückt. Der Fahrer musste von der Feuerwehr mit einem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Reanimationsversuche schlugen fehl, sodass der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis noch am Unfallort starb. Laut Polizei handelt es sich um einen Alleinunfall, andere Menschen wurden nicht verletzt. Der Fahrer ist aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, sagt Guido Rehr, Pressesprecher der Polizeidirektion Lahn-Dill. Die Bundesstraße zwischen Aslar und Wehrdorf war für vier Stunden von 23.30 bis 3.30 voll gesperrt. Ersthelfer und Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten von der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort betreut werden. Bei Tiefbauarbeiten ist am Montag gegen 8.45 Uhr eine Gashochdruckleitung in der Wolfgang-Kühle-Straße zwischen Lahn- und Kreisverkehr beschädigt worden. Um den Schaden zu beheben, wird die Straße aus Richtung Forum bis Mittwoch halbseitig gesperrt. Eine Durchfahrt Richtung Gabenheim ist in der Zeit nicht möglich. Nachdem Gasgeruch im Umfeld aus Kanalabdeckungen wahrnehmbar gewesen sei, hat die Feuerwehr umliegende Gebäude kontrolliert, jedoch keine erhöhten Messwerte feststellen können. Verletzt wurde niemand. Bei der Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung durch die Telekom habe der Bautrupp eines Unternehmens in der Wolfgang-Kühle-Straße eine Pressrakete durch die Erde geschickt, teilt die Enwag mit. Das Verfahren habe den Vorteil, dass die Straße über weite Strecken nicht nicht geöffnet werden müsse. Diese Rakete traf versehentlich die 9-Bar-Gasleitung. Um die Stelle zu erreichen, müsse die Leitung freigegraben werden. Sobald sie wieder repariert sei, müsse diese durch den TÜV geprüft werden. Es sei zu keiner Unterbrechung der Gasversorgung gekommen. Frankfurter Zollermittler haben rund 500 Kilogramm Kokain, versteckt in Bananenkisten, im Kreis Gießen sichergestellt. Ein Lebensmittelhändler habe in seinem Lager verdächtige Pakete zwischen den Früchten gefunden und die Polizei alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die halbe Tonne Kokain zunächst von Südamerika mit dem Schiff nach Europa geschmuggelt worden sein. Von dort seien die Drogen versteckt, in Bananenkisten auf dem Landweg bis in den Kreis Gießen gelangt. Nachdem der Lebensmittelhändler den Fund angezeigt hat, untersuchten die Einsatzkräfte von Zoll und Polizei den Angaben nach etwa 5000 Bananenkisten. Während der Maßnahmen am vergangenen Donnerstag standen die Beamten eigener Auskunft zufolge in engem Austausch mit dem betroffenen Unternehmen. Die Arbeitgeber reagieren mit Unverständnis auf den von Verdi angekündigten Warnstreik bei Hessens privaten Busbetrieben. Trotz vereinbarter Schlichtung fragt man sich, welchen Zweck der Streik am Mittwoch, 29. Mai, habe, sagte Volker Tuchan vom Landesverband Hessischer Omnibusunternehmen am Montag. Wir bedauern, dass erneut Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs betroffen sind. Verdi kündigte den fünften Warnstreiktag im Tarifkonflikt an, was starke Auswirkungen auf den Verkehr in Frankfurt, kleineren Städten und ländlichen Gebieten haben dürfte. Wir wollen vor der Schlichtung unseren Forderungen Nachdruck verleihen, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel. Am Freitag hatte Verdi einer Schlichtung zugestimmt, sich aber weitere Streiks vorbehalten. Bis Freitag, 31. Mai, soll eine paritätisch besetzte Schlichtungskommission gegründet werden. Verdi fordert für etwa 6000 Beschäftigte Gehaltserhöhungen von 8,5 Prozent in zwei Stufen, 3000 Euro Inflationsausgleich und bezahlte Pausen. Die Grundwassersituation in Hessen und Rheinland-Pfalz hat sich dank des vielen Regen im Herbst und Winter deutlich entspannt. Laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie sind Bäche, Flüsse und Seen gut gefüllt und die Grundwassersituation ist so entspannt wie seit sechs Jahren nicht mehr. An über 85 Prozent der Messstellen sind die Grundwasserstände höher als vor einem Jahr. In Rheinland-Pfalz ist der oberflächennahe Boden gut mit Wasser versorgt. Das vergangene Winterhalbjahr war überdurchschnittlich feucht und bietet bessere Ausgangsbedingungen als die Vorjahre. Trotz des hohen Niederschlags war der Winter in Hessen zu warm mit einer durchschnittlichen Temperatur von 5,9 Grad Celsius. Auch in Rheinland-Pfalz war der Winter wärmer als der langjährige Durchschnitt. Seit 2003 ist in Hessen ein Rückgang der Grundwasserneubildung zu beobachten. Nachhaltig aufgefüllt wurden die Grundwasserspeicher zuletzt in den Jahren 2001 und 2002. Der Klimawandel beeinflusst die Neubildung von Grundwasser, sodass langfristig niederschlagsreiche Herbst- und Wintermonate notwendig sind. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de.